Kein Land wächst so stark wie die USA, sagt Joe Biden, was schon mal falsch ist. Aber trotzdem, die Eurozone schrumpft, Deutschland liegt mehr oder weniger am Boden. Nur die USA haben immer noch ein super Wachstum und sind da anscheinend unzerstörbar. Aber liegt es wirklich daran, dass die amerikanische Wirtschaft so stark ist oder gibt es dafür ganz andere Gründe, die weniger schön sind? Herzlich Willkommen! Wir stehen vor einem Rätsel. Erst gab es ja weltweit den großen Inflationsschock, dann kam danach der große Zinsschock und der hat natürlich schwer reingehauen. Deutschland zum Beispiel war jetzt zwei Quartale lang in der Rezession und in der EU sieht es auch nicht besonders gut aus. Wenn wir jetzt aber auf die andere Seite schauen, vom großen Teich auf die USA, dann sehen wir da eine völlig andere Welt. Die juckt das alles anscheinend gar nicht. Die letzten BIP-Daten haben das auch nochmal bestätigt. 2,4% Wachstum im zweiten Quartal, das ist zwar dieses annualisierte Wachstum, aber in so einem Umfeld ist das ziemlich gut. Und es war ja auch gegenüber dem ersten Quartal, da waren wir bei 2,0% auch nochmal ein Anstieg. Also anscheinend machen die alles richtig. Und Joe Biden hat ja vor einem Jahr schon mal gesagt, wir haben die am stärksten wachsende Wirtschaft der Welt. Das war natürlich völlig falsch. 2021 sind über 50 Länder stärker gewachsen als die USA. Das muss man ihm aber nachsehen, weil erstens, er ist ja nicht mehr der Jüngste. Und zweitens, die meisten von diesen Ländern sind natürlich auch winzig. China zum Beispiel oder Indien, wer kennt die schon. Und jetzt im Juni hat das Weiße Haus aber mehr oder weniger nochmal dasselbe gesagt. Und dadurch, dass man es ständig wiederholt, wird es zwar nicht besser, aber schwamm drüber. Wenn man es mit anderen westlichen Ländern jetzt vergleicht, die USA, dann sind die Daten schon ziemlich gut. Und das, sagt das Weiße Haus, sei eben auch das direkte Ergebnis der Politik von Joe Biden, der Bidenomics. Und das ist auch der Konsens. Hier, ich habe es schon mal gezeigt, Boom in the USA. in der Wirtschaftswoche eben neulich ein großer Leitartikel. Da ist das sehr schön beschrieben worden. Alles, also die ganze USA-Begeisterung eben, die wir jetzt wieder haben. Gerade auch in Europa, wo hier eben die ganzen Firmen auch sagen, in den USA, da geht einfach wieder was. Da ist wieder Goldgräberstimmung. Da muss man jetzt sein und da muss man jetzt investieren. Neuestes Beispiel, Meyer Burger, ein Schweizer Solarkonzern. Der hat seine kompletten Investitionen. Jetzt wird er die in die USA pumpen und der Standort Deutschland, der geht leer aus. Weil, wie der Chef sagt laut Manager Magazin, in USA rollt man uns den roten Teppich aus. Und hier von Robert Habeck, da gibt es nur die blaue Karte. Viel Spaß in den USA, Meyer Burger. Wenn nächstes Jahr der Kupferkopf wieder drankommt. Und wenn sie dem dann erklären müssen, warum sie die Amerikaner jahrelang getäuscht haben. Weil sie nämlich gar keine Burger produzieren, obwohl sie so heißen, sondern nur irgendwelches Solarzeug. Aber naja, wie auch immer. Es ist natürlich alles eine Entwicklung, wo sich viele inzwischen auch große Sorgen machen, dass Europa da jetzt wirtschaftlich auch und technisch zu den USA endgültig den Anschluss verliert. Aber an der Börse wird das Ganze gefeiert. Hier der breite S&P 500 Index die letzten zwei Jahre, der Chart ist von TradingView. Seit Oktober haben wir ja eine starke Erholungsrallye und sind auch da in den USA beim S&P nur noch 7% vom Rekordhoch entfernt. Und die Erklärung dafür, wenn es dafür überhaupt eine rationale Erklärung gibt, dann ist es erstens natürlich diese Rallye bei künstliche Intelligenzaktien, also ein starker einzelner Sektor. Dann FOMO, Fear of Missing Out, die Angst was zu verpassen. Das scheint ja sowieso die Krankheit unserer Zeit zu sein. Irgendwie gerade bei jungen Leuten, sagt man, bei der sogenannten Generation Z. Ob das wirklich so ist, stelle ich mal in Frage. Vielleicht sind die einfach nur so unentschlossen, wie junge Leute eben nun mal sind. Aber klar, man sieht überall die 10-Jährigen, die schon 100.000 Follower auf Instagram haben und mit 15 sind das dann die Selfmade-Millionäre. Und selber sitzt man aber immer noch da mit seinem erbärmlichen Leben. Wo Sie keine Angst haben müssen, dass Sie was verpassen, das ist aber dieser Kanal hier. Da ist es zumindest so, wenn Sie ihn abonnieren und dann auch noch auf die Glocke gehen, dann kriegen Sie immer mit, wenn neue, aktuelle Videos da sind. Und FOMO verliert für Sie seinen Schrecken. Und für mich ist es natürlich auch eine große Unterstützung, das Ganze. Also vielen Dank schon mal dafür. Für wen FOMO aber wirklich schlimm ist, das sind die großen institutionellen Fondsmanager in den USA. Jetzt ganz egal, ob die minderjährig sind oder nicht. Die haben die Erholungsrallye verpasst. Hier nochmal die Grafik von der Bank of America, das Sentiment der Privatanleger in dunkelblau und das der Institutionellen in hellblau. Die Institutionellen waren jetzt eben sehr lange sehr pessimistisch und stark untergewichtet, sodass sie jetzt, ob sie es wollen oder nicht, sie müssen dem Markt jetzt hinterherlaufen wieder. Und darum kann es eben auch gut sein, dass es noch viele, viele Anleger gibt in den USA, die die nächsten Korrekturen, die wir haben, kaufen werden. Denn richtig gefährlich wird es erst dann am Markt, wenn auch die sich dann eingedeckt haben. Und der dritte Grund für die Erholung, das ist die Überzeugung, dass es trotz der hohen Zinsen und trotz der Notenbankenpolitik keine harte Landung gibt in den USA. Das ist elementar. Wenn man das nicht glaubt, dann kann man auf dem aktuellen Kursniveau eigentlich nicht mehr kaufen. Aber genau das glauben immer mehr, dass eben auch wirklich alles gut geht jetzt und die amerikanischen Wirtschaftsdaten, die geben dem ja anscheinend auch recht. Einer von den Institutionellen, die ganz besonders pessimistisch waren und der dauernd auch gesagt hat, traut dieser Rallye nicht, es geht nochmal runter, das war Mike Wilson von Morgan Stanley. Dafür muss er sich zurzeit auch viel rechtfertigen. Das hat er diese Woche auch wieder mal gemacht. Er hat gesagt, ja, wir haben uns verschätzt. Aber nur, weil wir nicht auf die Idee gekommen sind, dass die Ausgaben der US-Regierung derart exzessiv sind. Und dann hat er diese Grafik hier vorgelegt. Ich hoffe, das erkennt man auch alles. Das Waagerechte ist die Arbeitslosenquote und senkrecht das amerikanische Staatsdefizit in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Blau sind die Werte von 1969 bis 2019 und Ockerfarben die von April 2020 bis jetzt. Man sieht schon, es hat fast nie Überschüsse gegeben, sondern fast immer nur Defizite. Dann seit der Pandemie sind die Defizite besonders hoch, das Ockerfarbene. Und es gibt noch einen Zusammenhang. Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, dann sind auch die Defizite meistens höher. Ist ganz logisch, weil dann ist man ja auch meistens eher in der Krise. Gut, und das Interessante ist jetzt aber der rote Punkt. Das ist das Verhältnis jetzt. Und bei Morgan Stanley, da sagt man ganz zu Recht, dass das Defizit derart hoch ist jetzt zu einer Zeit, in der die Arbeitslosenquote derart niedrig ist, das gibt es selten und das ist auch nicht normal. Und das ist genau der Punkt. Die amerikanischen Schulden sind immens gestiegen die letzten Jahrzehnte. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß adäquativ. Und das weiß man, hier haben wir sie nochmal kurz. Von Statista ist die Grafik. Von fast null Anfang der 80er Jahre auf 31,5 Billionen Dollar jetzt. Was jetzt aber nochmal extra bitter ist, das ist, die Pandemie ist vorbei, die Wirtschaft brummt, die Inflation geht zurück, die Arbeitslosigkeit ist auf einem 50-Jahres-Tief in den USA. Und trotzdem ist das Defizit aber nicht gefallen, sondern es ist die letzten zwölf Monate zum Vorjahr um 170% gestiegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Market Insider, der schreibt, die Regierung haut das Geld raus wie ein besoffener Matrose. Und das unabhängige Komitee für ein verantwortungsvolles Regierungsbudget, das geht mittlerweile davon aus, dass das Defizit dieses Jahr bei fast 6% vom Bruttoinlandsprodukt liegen wird. Man sollte nicht meinen, wir hätten gerade die große Schlacht um die Schuldenobergrenze gehabt. Da haben sie sich dann natürlich geeinigt, das hat aber eben auch fast nichts geholfen. Und klar ist auch, wenn die Regierung zurzeit 6% vom Bruttoinlandsprodukt mehr in die Wirtschaft reinpumpt, als sie rausholt, wie dann das Bruttoinlandsprodukt ohne diese zusätzlichen 6% ausgesehen hätte. Und wir hätten nämlich gerade einen unglaublichen Wirtschaftseinbruch in den USA. Es sind nur neue Schulden, die die US-Wirtschaft über Wasser halten gerade. Das ist das amerikanische Wirtschaftswunder und nichts sonst. Und interessant ist ja auch, dass nicht nur die Ausgaben stark steigen da, sondern dass auch die Steuereinnahmen um 11% gefallen sind. In diesem Boomjahr, witzigerweise. Und man sagt ja immer wieder, die Wirtschaftspolitik von Joe Biden, die sei ja unglaublich erfolgreich. Er schafft es nur leider nicht, dass er das den Wählern gut verkauft. Nur, wenn das Steueraufkommen der Wähler um 11% zurückgeht, dann geht es denen vielleicht ja in Wahrheit möglicherweise doch nicht so gut. Und das spricht eben auch Bände. Und der Investitionsboom, die Unternehmen, die jetzt natürlich von überall her kommen in die USA und die da Halbleiterwerke hochziehen und das alles, das ist natürlich gut für das Land, das ist völlig klar. Aber die lassen sie sich natürlich das Ganze auch bezahlen, die Unternehmen. Die kommen alle wegen der Riesensubventionen. Es ist also kein normaler Investitionsboom, sondern eben auch einer, den man sich gekauft hat mit dem Geld der Steuerzahler. Darum sind die USA jetzt so toll, darum gehen alle hin. Bei uns gibt es ja nur den bösen Habeck und so Schuldenspaßbremsen wie den hier, den deutschen Finanzminister, der gefährlichste Mann Europas, wie in den USA geschrieben wird, zum Teil von diversen linken Blättern, wegen seiner Sparpolitik. Das kann man sich natürlich als Amerikaner gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas auch noch gibt auf der Welt. Umso schlimmer für die Amerikaner, dass ihre Kreditwürdigkeit letzte Woche ja abgestuft worden ist von der Ratingagentur Moody's. Das hat da viele Politiker und auch Ökonomen, Analysten und Unternehmer maßlos beempört. Jamie Dimon von JP Morgan, der hat gesagt, das sei wirklich lächerlich, die USA abzustufen. Das ist natürlich Majestätsbeleidigung, aber eins ist auch klar, jedes andere Land, in dem die Schulden so stark steigen und wo der Anstieg auch so eine Dynamik hat, das würde noch ganz anders abgestuft werden von den Ratingagenturen. Sogar Portugal und Spanien stehen in der Hinsicht inzwischen besser da als die USA. Sie haben aber trotzdem viel schlechtere Ratings. Und das zweite Problem an dem Ganzen ist ja auch, dass wir jetzt weltweit wieder einen regelrechten Subventionswettlauf haben, einen Wettrüsten. Paradebeispiel Halbleitersektor, Taiwan Semiconductor baut ja jetzt auch ein Werk in Dresden. Das wird hier jetzt aber eben auch mit 5 Milliarden Euro subventioniert. Und Intel kriegt für sein Werk in Magdeburg anscheinend sogar 10 Milliarden Euro. Dazu gibt es einen sehr guten Artikel in der FAZ, wo die Frage aufgeworfen wird, ob die Chip-Industrie jetzt eigentlich nur noch so eine staatsfinanzierte Kommandowirtschaft ist. Ich tue Ihnen den Link hier auch unter das Video. Klar, jeder will solche Industrien natürlich für sich haben. Das ist ja auch nachvollziehbar und die Entscheidung ist da nicht einfach. Macht man das ganze Spiel nicht oder nicht oder mit oder nicht, dann kriegen das eben die anderen. Und am Ende zieht man dadurch aber auf der Welt alles gleich drei- oder viermal hoch. Und das natürlich auch auf Kosten der ganz normalen Leute. Handwerker, Bäcker, Mittelstand und so weiter. Für die ist dann eben nicht mehr so viel da. Aber letzten Endes, es ist eben trotzdem immer noch so, wer die meisten Schulden macht, wer das Geld am schamlosesten raushaut, der wird nach wie vor nicht abgestraft, sondern der wird bejubelt von der Wirtschaft, von den Medien und natürlich auch von der Börse und von den Anlegern. Und da ändert jetzt auch dieses Moody's Downgrade nicht großartig was dran. Und speziell bei den USA muss man sich aber darüber klar sein inzwischen, dass das Ganze eben auch ziemliche Schattenseiten hat mittlerweile. Die USA haben großartige Unternehmen, das muss man ihnen wirklich lassen. Es ist auch ein großer, spannender Markt. Aber als Land kommen sie eben doch immer mehr in Schieflage und werden langsam eben auch zu einem echten systemischen Risiko. Auch das sollte man im Hinterkopf haben als Anleger, auch wenn es kurzfristig vielleicht jetzt nicht so wichtig ist oder wenn es kurzfristig vielleicht sogar schädlich ist, weil man könnte ja was verpassen. Und das kann man sich aber eigentlich nicht leisten. Darum, wie gesagt, überlegen Sie es sich auch gut, ob Sie es sich leisten können, diesen Kanal nicht zu abonnieren. Demnächst geht es zum Beispiel darum, ob Donald Trump in den USA nächstes Jahr wieder Präsident werden könnte. und was das dann für Folgen hätte. Weil nur, weil er jetzt zigfach angeklagt ist, das heißt ja nicht, dass ihn die Leute nicht wieder wählen würden. Und Aufmerksamkeit hat er dadurch jetzt schon mal genug. Bleiben wir dran an diesen ganzen spannenden Sachen. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.